Jahrzehnte nach dem Dampfabschied lodern in vielen Kesseln immer noch Feuer. Das Dampfloktreffen im Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt gehört zu den jährlichen Höhepunkten. Aus allen Himmelsrichtungen rollen die Veteranen mit Sonderzügen in die Elbmetropole. Bestaunt von tausenden Besuchern. 010509, der Press rollt auf die Scheibe. Die stolze 01.5 ist immer noch für 130 kmh zugelassen. Fast an jedem Wochenende sind in Deutschland Dampf-Sonderzüge unterwegs. Zu interessanten Zielen oder zu Veranstaltungen. Von Bebra nach Sontra mühen sich gleich zwei Züge in der Steigung. Es ist 503610 und 01310, die hier parallel fahren. Gegenseitiges Überholen gehört dazu. Untertitelung des Zielen Auch das gibt es noch im 21. Jahrhundert. Planzüge werden von Dampflokomotiven bespannt. Im Werra-Tal ist es ein schwerer Holzzug, der am Haken von 41 L50 hängt. Planzüge werden von Dampflokomotiven bespannt. Planzüge werden von Dampflokomotiven bespannt. Planzüge werden von Dampflokomotiven bespannt. Musik 41-1150 gehört heute dem Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen. IREKO 41 stammt von der ehemaligen DDR-Reichsbahn. Gleich zwei Maschinen sind nötig, um die schweren Kohlewagenzüge zum Kraftwerk Mumsdorf in Sachsen-Anhalt zu ziehen. Musik Es sind IREKO 52er, die sich hier mühen. Die ehemaligen Kriegslokomotiven bilden heute die größte Gruppe unter den Museumsloks. Musik In Teuchern macht der Kohlewagenzug Kopf. Kurze Verschnaufpause für Personal und Maschinen. Abgewartet wird ein Triebwagen der Burgenlandbahn. Gleich nach der Einfahrt geht's wieder los. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist keineswegs so, dass demnächst ein Ende des Dampfbetriebs bevorsteht. Fast jedes Jahr kommen längst vergessene Maschinen zurück in den aktiven Bestand. 2010 ist es 95.27, die über 15 Jahre lang auf ihre Wiederinbetriebnahme warten musste. Bei einem Plandampf im Werratal darf sie Vorspanndienste leisten. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Dampflokomotiven an der Wartburg in Eisenach. Ein schwerer Zug wird mit drei Loks über die Steigung nach Förda gebracht.